Yo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video, auch Tim und Timothy, was geht alter? Wir haben heute was richtig geniales für euch und zwar wird ja immer gesagt, dass ich hochbegabt bin und das ist ja auch richtig, meine Kuh liegt so bei 210 ungefähr. Hast du schon mal einen Test gemacht? Ja, mit 6 aber. Ich habe in der Uni mal einen Test gemacht tatsächlich und da kam raus, dass ich eine Kuh von 35 habe und ich glaube ich habe da irgendwas falsch verstanden. Egal, da bin ich ja auch. Gut, wenn ich jetzt verliere, ist es also peinlich anscheinend. Und genau, wir haben gedacht, wir machen jetzt einen kleinen Test, wer von uns beiden ist intelligenter, es kann nur einen Hochbegabten auf diesem Kanal geben. Deswegen haben wir uns ein Video rausgesucht, wir haben hier zufällig das IQ-Test 10 Fragen vom Testkönig genommen. Ist in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr da auch mitmachen wollt. Und genau, das Ganze läuft jetzt so ab, die Fragen werden 30 Sekunden angezeigt. In der Zeit können wir buzzern, wenn wir es wissen, wenn wir die richtige Antwort sagen, gut. Wenn wir nicht die richtige Antwort sagen, dann kriegt der Gegner einen Punkt und wir kommen dann zur nächsten Frage. Okay, also wir haben 10 Sekunden Zeit, die Frage zu beantworten. Nee, 30, ne? 30, genau. 10 Fragen. Ich habe in der Uni mal einen Test gemacht tatsächlich und da kam raus, dass ich eigentlich 35 habe. Okay, bist du bereit, Bro? Bro. Komm, alles Gute. Ey. Ja. Ja, genau. Oh, okay. Welches ist der vier unteren Würfel? Warte. Okay. Ah. Ähm. Ja, ne, vielleicht. Ich glaube C, oder? Ne, C ist es nicht. D. Nein! Was? Ja, stimmt. Ja, Leute, kann es gar nicht sein. Ja. Okay, dann hatte ich ja doch recht, vielleicht. Achso, ich habe das jetzt voll auf gedreht, aber du würdest ja genau so das zusammenmachen können. Ich habe jetzt gedacht, okay, welche Perspektive zeigt ihr überhaupt? Ich war mir 100% sicher, dass es A ist. 1-0 für mich? Geil, Digga. Pops. Pops, gehen raus, ey. Okay, zweite Frage, meine Freunde. Wir gucken mal. Oh Gott, Alter. Sidney. Nein! Ja, das habe ich gesagt, aber... Was ist das? Ja, es ist Mabel. Ja! Baut, spinnen. Glaube ich. Ja, guck mal, guck mal, spüren. Baut, ja, geiler IQ-Test aber auch, Alter. Gut zu tun, Digga. Aber okay, lass mal. Nee, man muss sich auch früh beeilen, Digga. Das könnte halt echt alles sein, ne? Ah! Oh, scheiße, Mann. Ja, wer war es jetzt? Ich glaube, ich glaube, das war, oder? Ja, nee, ich würde sagen, wir schreiben einfach beide die Antwort auf und wir kriegen dann beide einen Punkt oder halt nicht einfach, ne? Weil es war, glaube ich, echt einfach gleich. Ich habe jetzt einfach hier einen Buchstaben reingemacht und... Ja, D. 2-2, krank. Die Hochbegabten haben wieder... Oh mein Gott, Alter, es wird richtig spannend, Alter. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ja, Mann. Ah. Safe. Das ist die Flagge von Rumänien, das weiß ich. Alter. Ja. Oh mein Gott, Alter. Digga, das muss ja ein richtig hoher IQ bei dir sein, Alter. Wenn du die Flagge von Rumänien... Professor und Tess König. Oh Mann, ich habe die Frage nicht gesehen. Ja, Mount Everest, ne? Ja, toll, das ist unfair, Alter. Wollte es gehen? Hingucken. Ja, ist sogar richtig. Ja, mal, das weiß ich nicht. Es gibt aber eigentlich vom Meeresspiegel aus gesehen, gibt es sogar einen größeren, irgendwo im Pazifik, glaube ich, der von unten dann höher ist insgesamt so, aber das wird irgendwie so gezählt haben. Ist das dieser Marianne-Graben? Ja, genau. Okay. Ah, keine Ahnung, meinst du? Okay, was ist das fehlende Stück? Ah. Das ist ja einfach, dass er nur oben und unten ist, ja. Also Tess König, du kannst ruhig... Ah, 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 ah. Ja, ha, 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 ha. Ach, lol, ach so, ha, ha. Dann klasse das B, Digga. Digga, falsch. Dann hätte ich eine Sekunde länger gehabt, würde ich da auf jeden Fall auf B getippen. Scheiße, ey. Tut mir das Weg! Du mög! Okay, nächste Frage. 3-3, ne? Ja. Fang. Ich weiß nicht, du findest den Punktestand immer. Zieh das dann. Welche Farbe hältst du, wenn du... Boah, ich glaub, wieder gleich, ne? Ja. Ich weiß es gar nicht. Rot und Grün. Fünf. Wundschule, lass mich nicht im Stich. Was? 1, 2, das ist Fake. Ja, natürlich ist das Gelb, klar. Das ist ja Rot und Grün, oder? Rot und Blau, glaub ich. Bro, klar. Farben kenne ich mich nicht so auf. Da steht ja trotzdem 4-4, weil der Gena kriegt ja einen Punkt, weil der Flaschpartner hat. Das hat alles wichtig gehört. Wir spielen auch ein bisschen zusammen. Das wird richtig spannend, Alter. Wie viele Nummern 5s sind zwischen... Warte mal. Ich krieg die Frage nicht mal. B, okay. Nein, das ist C. Und? Ich krieg die Frage gar nicht. Wie viele Nummern 5s sind zwischen 1 und 100? Das sind 19. Alter, da geh ich in Führung, ne? Alter, 5-4. Oh mein Gott. War auch wieder gleich. Ja, wir wissen es beide. Das müssen wir nicht machen, oder? Ja. Vielleicht bist du dumm, Mann. Okay, los. Ja, natürlich C. Oh mein Gott. Nein, keine Ahnung, Mann. B? Ja, doch. Ist es B? Ja, das ist B. Ja, Bro, da muss ich sagen, ich habe mir einfach gedrückt, da wusste ich es nicht. Also das hat irgendwie nicht viel mit dem IQ-Teil zu tun gehabt. Das ist natürlich jetzt... Ja, was schätzt ihr, wie hoch ist der IQ? Ihr könnt es jetzt in die Kommentare schreiben. Zumindest noch bei 8 Minuten, wenn ich dann... Ja. Wie ist das so? Also dann ist er quasi wiederlegt, damit er so hochbegabt ist. Ich dachte, jetzt kommen wir auch Fragen, die ja irgendwas mit dem IQ zu tun haben, aber... Ja, schade. Wenn ihr irgendwelche Videos kennt, wo das getestet wird, schreibt es gerne in die Kommentare, dann machen wir das nochmal, dann gibt es auf jeden Fall eine Revan. Ich bedanke mich recht herzlich, herzlich willkommen zu sehen, meine Freunde. Bis dann. Okay, thanks. Bye. Bye. Bye.